Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir waren in der letzten Folge in der Orgfestung in Orsinium, haben da ja ein bisschen geludelt, ein bisschen geschaut, ein bisschen geguckt, haben da etwas gefunden, wo wir vielleicht zu früh da waren. Und jetzt sind wir halt wieder hier und wissen jetzt erstmal auch noch nicht so, ob wir irgendwie eine Quest aufhaben bekommen, so um weiterzukommen, voranzukommen, also wie wir an die nächste Quest kommen, wie wir unser Inventar hier auch noch den Rest hier in Daedrisch bekommen. Würde ich auch gerne wissen, erfahren, wie wir das schaffen, weil die richtige Ausrüstung, die kommt zu selten, viel, viel zu selten. Immerhin können wir die ja hin und wieder mal finden. So, wir müssen da hin. Das finde ich auch schon irgendwie ein bisschen, naja, schwer. So, ein Moment. Jetzt drei Stunden. So, und hier nochmal. Hier hat er nichts, hier hat er nichts, aber wir können verkaufen. Da werden wir diesmal hoffentlich ordentlich Kohle bekommen, abstauben. So, und da hat alles noch weg. Ist schon einige, was wir hier haben. Wir machen jetzt wieder bei, fast, fast 100.000. Alter, nochmal 100 riesen für die Deltra-Ding bekommen. So, das sind gleich 200. Ja, wir haben die 200 erreicht. Wir kriegen nur 79.000, also 80.000 dafür. Er will mich doch verarschen. Das ist viel, viel mehr wert, eigentlich. So, dann hier die Kräuter können wir noch verkaufen. Immerhin kriegen wir da auch noch ein bisschen was für. So, was haben wir noch? Den können wir noch irgendwo verkaufen. Gucken wir uns aber hier nochmal an. Däldrik Tanto brauchen wir nicht. Däldrik Katana. Der hat andauernd jetzt nur noch den Däldrik Katana. Jetzt, wo wir den haben, hat er den auch. Ich will aber andere Städtisches Zeug haben. So, genau. General Store. Der ist da vorne. Da können wir auch noch was verkaufen, glaube ich. So, was hatten wir? Genau, den kann ich hier verkaufen. Und die? Was ist das? The Madness of Pelagius? Ah, Pelagius. Den müssen wir auch alle kennen. Der verrückte König von Einsamkeit. Oder Solitude. So, der Däldrik Dagger brauchen wir nicht. Oh, warte. Für unten gab es nichts. So, und hier. Und dann, genau, die Bank noch. Eben hier einzahlen. So. Jo. Jetzt haben wir wieder immerhin 800. Und dann noch 16447. Achso, und noch die 7440. Okay. Fast 900.000 haben wir. Bald schon die Million. Was fehlt uns noch? Beziehungsweise. Dann machen wir hier auch nochmal auf. Die einzelnen Savegame, wenn wir jetzt hier sind. Alles verkauft haben und so. Wir könnten einmal kurz zu Hause gucken, ob unser Stab des Magnus noch da ist. Unser erstes Däldrisches Artefakt. Oder ist das Däldrisch oder Äldrisch? Das ist auf jeden Fall ein Artefakt. Von großer Kraft. So, dann hier ein bisschen runter. Ich hoffe, es bleibt noch da. Und dann haben wir jetzt Pech gehabt. Weil ich... ...glaube dann, wenn es jetzt weg wäre, sehen wir das erstmal nicht mehr wieder. Ach, hier. Nee, das da. Wo hatten wir den eingelagert gehabt? Ich glaube schon hier. Und es ist noch da. Ja, aber die... Ja, jetzt erstmal gucken, wo muss ich nochmal raus? Hier. Jetzt ist aber die Frage... ...was müssen wir machen, um wieder... ...hier... ...mit der Hauptquest voranzukommen? Ah, nein. Ich muss wieder handen. Wie viel Gesundheit haben wir? Vier von vier. Oh, nein. Nächste Stadt. Abweil. So. An der Watte. Erstmal warten, dass Menschen da sind. Da haben wir Menschen. Jetzt können wir. Dann können wir wieder. Ah, aber das eine Brief ist schon weg. Wegen dem Staat des Markus wahrscheinlich. So, jetzt können wir da hin. So, dann hoffen wir mal, ...dass wir jetzt, ...was das angeht, ...hier auch mal ein bisschen vorankommen. Wurden wir jetzt erwischt von irgendwas? Die beiden kämpfen erstmal noch. Ja, komm. ...ah, hier ist der Geist. Das nehmen wir mal mit. Die steckt da oben fest. Ich hoffe, Medora hat jetzt irgendwas für uns. Weil, wir mussten sehr oft schon zu ihr gehen. ...wegen irgendwas. Wo kommst du jetzt her? ...wäh? So. Auch wenn du nackt hier rumfährst, äh... ...wäre mir das doch lieber, wenn du auch ein bisschen Ruhe gibst. Ah, okay. So geht es viel, viel schneller auch. So, jetzt müssen wir aber einmal den... den hier machen. Okay, wer ist da? Der hier. Jo, der fliegt hier auf. So, hier können wir warten. Ein bisschen Magie und Gesundheit. Dann machen wir hier auch nochmal ein Save-Game. Wieder auf die 2. Hä? Wir waren da... Wo kommst du denn her? Habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass die hier auch noch kommt. You drop to the ground completely exhausted. You awaken one hour later. Es ist nichts passiert. Ah, nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. So, nehmen wir einmal mit. So, und dann war das... Nee, war das hier. Genau. Das war der Weg. Jo, wir sind richtig. Aber hier nicht mehr. Da müsste doch eigentlich ein Weg gewesen sein. Boah! Schrecken die mich. Wo war denn das jetzt nochmal, der... Ach du! Ja, wir nehmen nicht alles gleich mit. Wir schmeißen gleich einiges wieder weg. Ah, hier war das. So, und wieder hoch. So. hoffentlich kann die mit uns quatschen quatscht die mit uns ansonsten müsste ich wirklich im schlimmsten fall schauen wie wir hier mal vorankommen das waren der hier und der hier genau und da kommt er auch nicht mehr weiter wer steckt da hinten fest so machen wir hier ein save game aber auf die drei weil ich mir jetzt nicht sicher bin ob wir irgendwie vergiftet sind ob wir drauf gehen werden oder nicht medora ok hello max regional ja not a good time to be unemployed i fear any news ah duckthron paid a large piece fee to summoners of rk hopeful that will stop der querling mit medora bringt mir jetzt gar nichts muss ich jetzt wirklich schauen wie wir hier vorankommen ja du da halt die klappe dahinter der engine vampire ja dann gehen wir mal wieder zurück ja wenn es mir irgendwie gar nicht bringt hier gerade was soll ich noch machen dann ich komme mir gerade gar nicht voran wo waren der wo waren der ausgabe ich muss alles komplett neu absuchen hier verdammt wir haben doch hier levitations krank oder ja usen wir das mal dann gehen wir auch noch mal wieder hier nein nicht nach copperfield sondern nach baggerfall selbst vielleicht muss ich auch mit mini sera selber quatschen ich weiß es nicht aber ist schon eine krasse politische intriege hier wo haben wir wo haben wir muss komplett nach norden erstmal immer zuerst lieber auf karte ja ein bisschen springen geht auch und hier vielleicht noch mal kurz verkaufen bisschen haben wir ja was eingesammelt im wagen haben wir nichts gepackt oder ne und den neuen guten start hat er auch noch nicht adamantium ebony das ist plus 15 und plus 17 und hier können wir auch noch mal kurz die gebürze ablegen geben gibt es dann auch noch mal ein bisschen geld so sind wir immerhin wieder bei 10.000 und egal gehen wir gehen wir mal nach norden wieder da lang so wie weit noch da da hinten ist es schon müssen wir da drin nochmal mit versuchen mit mini sera zu quatschen so komm yes und hier dann nochmal ein save game auf die 1 ich kann mit ihr immer noch nicht quatschen und die wollen die wollen jetzt alle die wollen jetzt alle stress also ich weiß jetzt gerade echt nicht weiter wie ich vorankomme also um anzumerken wir waren hier jetzt ein dagger voll wir waren hier minnevia waren wir ja danach auch schon orsinium waren wir schon nverest waren wir hatten wir hier nicht irgendwo auch noch irgendwen gehabt hier scurb barrow nee warte mal doch wir hatten hier noch scurb barrow das war doch von den nekromanten ja ach muss ich jetzt wieder handen ernsthaft alter was äh ne so äh machen wir mal das so hier dann reisen wir eben ganz kurz dahin da haben wir menschen das mit den handen das ist sehr sehr lästig so dann können wir wieder zurück machen so und was was after you used to time wisely sick die dinge interessieren mich nicht die Wehrwolfjäger. Ich würde sagen, hier versuchen wir es noch einmal. Autsch. Vielleicht kommen wir hier endlich mal voran. Autsch noch Resist Fire, nice. Wo ging es hier weiter? Hier war er glaube ich. Jo, nehmen wir mal mit. Den Rest können wir später... Oh, Vampir. Ach komm, wir nehmen... Wir nehmen erstmal nur noch das Gold mit. Den Rest brauchen wir nicht. Aber erstmal den Weg hier wieder... ...zu den Jutes finden. So. Was haben wir hier? Jo, hier darf ich erstmal springen. Na toll. Einmal kurz heilen. So, und... Wo der Underking lebt, die Fraktion gibt es ja auch noch. Wissen wir eigentlich noch gar nicht. So, wir nehmen nur das Gold mit. Also, die Necromanten sind jetzt unsere letzte... ...bekannte Hoffnung. Wo wir die finden können. Wo wir die finden können. Um in der Story vielleicht voranzukommen. Denn wenn es mit denen jetzt auch irgendwie nichts bringt... ...haben wir nur noch Google übrig. Bei Google möchte ich eigentlich... ...wirklich sehr, sehr ungern. Nur wenn ich wirklich nicht weiter weiß. Jo. Alter, was? So. So. Wieder voll. Vielleicht machen wir hier auch nochmal. Auf die zwei. Hier ist nichts. Hier auch nichts. Wo war jetzt nochmal der Durchgang? Haben wir da noch ein paar Türen gehabt? Wir hatten da noch ein paar Türen gehabt, oder? In dem einen Raum. Hier sparen wir. Ah, okay. Und hier kamen wir. Und hier kamen wir. Jo. Okay, dann bleibt... ...halt... ...der Weg. Dann halt nicht. Ah, du bist jetzt doch runter gekommen. Jo. Ist noch runtergekommen. Yo, hier ist ein paar Well met stranger Good day to you, Maxdeos Der sieht aber am heftigsten aus, finde ich Aber ich kann hier jetzt Von denen keine Quests erhalten I've heard of you, nothing good of course, get lost Any news? Greetings, good king of worms What are people talking about now? I never understood why mixers of zen and smiths of julianus were fighting Well, at least that's over now So, that's the king of the worm Also Mani Marco Aber Ich habe keine Ahnung gerade, wie wir Weiter kommen Vorankommen So, der ist falsch Okay Hätte ja sein können, dass das ein Freund ist Aber echt, wie 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 kommen wir jetzt Von der Story her weiter Wir halten ja momentan gar nichts Hier sind wir wieder falsch? Aber die kamen doch von hier oder nicht? Da sind die Fledermassen Also von hier kamen wir Was gibt es hier oben? Einen Bären Okay Okay, mit denen ist vorbei So Und hier nochmal Ne Ich glaube, ich muss wirklich jetzt mal schauen, wie wir weiter kommen Weil vorankommen wir gerade gar nicht mehr Seit ein paar Folgen Probieren zweimal hin und wieder Sachen aus Aber Fortschritt 0 So Dann immerhin kommen wir hier noch raus Genau Und hier war ja Hier war ja nichts Hier war nur das eine Wo man feststecken könnte Wo wir dann nicht mehr rauskommen Aber egal, dann gehen wir jetzt mal raus Ja Wir könnten aber auch Vielleicht wieder nach Sentinel Und gucken mal bei Bei Lothurn und so weiter Wie es weiter geht Vielleicht wissen die da was neu ist Aber richtig rein gehen wir dann erst in der nächsten Folge Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's, euer Max Deus Und Ciao Ich bin's, euer Max Im ersten Moment in der nächsten Folge Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020